So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich dekoriere die vornehme Villa und die Wohnwagenwalachei mit Flamingo-Gartenschmuck. Was ist damit gemeint? Ganz simpel, hier unten in der Villa und hinten an dem Wohnwagenpark, da stehen einfach Flamingos rum. Einfach hingehen, markieren bzw. aktivieren und davon halt insgesamt fünf Stück. Ich lande aber jetzt gerade erstmal hier unten, warte mal, orientiere wieder, ach komm, wir landen direkt hier unten, scheiß drauf. Weil eine ist safe direkt hier vorne. Ihr werdet wahrscheinlich ein, zwei, drei Mal da landen müssen, weil natürlich jeder jetzt die Aufgabe ganz schnell machen will. Deshalb hier so sieht ein Flamingo aus, davon halt fünf Stück, haben wir schon den ersten. Natürlich, wir wissen wie es ist, wir werden jetzt hier nicht durchrennen können und fünf Stück markieren. Da haben wir den zweiten, da haben wir den dritten, dritten. Ah, wir kennen Fortnite. Vielleicht können wir es doch hin. Das ist ein Viertel. Ich sage nicht, hier sind nur vier Stück. Weil wie gesagt, ich habe nicht nachgeguckt. Natürlich, man kennt es. Ich weiß, dass auf jeden Fall wer im Wohnwagen einer ist. Vielleicht finden wir hier noch einen. Sieht aber schlecht aus. Hey lol, selber Nilo Gia. Aber wie gesagt, hier findet ihr definitiv vier Stück. Und der fünfte ist definitiv vier. Aber ich würde sagen, komm, wir probieren es einfach ganz schnell. Und dann haben wir die Aufgabe auch schon hinter uns. Er rennt auch schon dahin. Ist ja nur gerade einmal schnell landen, einmal an, einmal interagieren damit und fertig ist es damit. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze immer gefällt, ich werde jetzt wieder in Zukunft die ganzen Fortnite Aufgaben für euch machen. Und dann hat er so ein bisschen längere Pause, weil ich halt einfach fand, das Ganze ist ein bisschen zu leicht. Aber, wie ihr seht, ein Flamingo hat wieder gefehlt. Also man muss doch noch an den anderen Worten. Oder irgendwo ist noch einer versteckt. Könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, falls da doch fünf sind. Aber ihr habt ja gesehen, mit zwei Gegnern. Und in der wunderbaren Handgranatenwerfwurf-Scheiß-Waffe geht das natürlich nicht so gut. So, wie gesagt, das Ganze ist ja wie immer für ganz simple Menschen einfach markiert. Und wo muss ich jetzt noch hin? Genau dahin. Und die Aufgaben sind immer gut dafür. Da kriegt ihr auch nicht so stark die Gegner direkt. Jetzt wäre es schön, wenn die Lobby ziemlich zügig gehen würde. Damit ihr auch seht, wo der eine Flamingo noch ist. Weil den hatte ich eben schon gesehen. Aber ich habe gedacht, nee, macht noch nicht die Aufgabe. Probier es vielleicht in einer Runde hinzukriegen. Aber habt ihr gesehen, hat nicht so toll geklappt. Der eine oder andere kann euch mit safe hinkriegen. Mal gucken, ob ich jetzt den fünften Krieg. Das wird dann schon die nächste Frage sein. Aber wie gesagt, einfach da landen. Ich glaube, da war auch nur einer. Deshalb befürchte ich echt, dass es insgesamt auch nur fünf Stück gibt. Oder ihr probiert aus, nochmal an der Villa zu landen. Vielleicht könnt ihr so zweimal aktivieren. Weil Fortnite ist ja ein ziemlich jubel. So, jetzt mal gucken, das ist die richtige Aufgabe. Ich weiß auf jeden Fall, er ist nicht links, sondern da rechts an dem kleinen Platz war der. Kann auch sein, dass da auch mehrere sind. Auf jeden Fall einen habe ich da gesehen. Das war nämlich, als ich die Mission gemacht habe mit der Brücke. Da war ich nämlich auch zufälligerweise natürlich da mit dem Rennen. Ah, hier vorne war das. Ich gucke gerade, ob ich hier schon einen sehe. Da steht ja... Nee, ich glaube, da ist echt nur der eine hier. Das zeigt nämlich genau, da interagieren. Und schon haben wir das Ganze geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Und wir forgivenen uns auch keinen abstochen. Zwei Gose.